Ja Sascha, horch doch mal, was ich mir ausgedacht habe. Okay. Sehr geil, schön. Können wir so lassen? Auf jeden Fall. Sehr gut. Okay. Müssen wir mal die Gaststelle hören? Habe ich mir gedacht, wir bleiben mal ein bisschen ruhiger. Was alleine. Und ziehen das dann nochmal schön auf. Na dann, ich ran ans Mikro Sascha. Okay. Alles was du willst. Alles was du willst. Alles was du willst. Und davon noch viel mehr. Alles was du willst. 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 Und davon noch viel mehr. Alles was du willst. Alles was du willst. Alles was du willst. Alles was du willst. Zu verzichten fällt mir schwer. Ja. So Leute. Das war Teil 4 von Unterlegs mit Sascha. Ich hoffe, es hat euch gefallen und beim nächsten Mal nehme ich euch mit auf ein Live-Konzert von mir mit meiner Band. Da könnt ihr auch mal einen Blick hinter die Kulissen bekommen und nicht vergessen, immer wieder checken www.kapitel2.de, bald gibt es ein Gewinnspiel, tolle Sachen zu gewinnen, meine neue CD und so weiter, Notch-Artikel. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, einschalten, unterwegs mit sein. Ciao.